Musik Bringen Sie Musik in Ihre Geldbörse. Lassen Sie mal so richtig Ihre Kasse klingeln. Denn ich zeige Ihnen hier eine Möglichkeit, wie Sie ohne großen Kostenaufwand schnell zu zusätzlichen finanziellen Mitteln kommen. Hätte man mir früher diese Möglichkeit geboten, hätte ich sofort zugegriffen. Denn einfacher und leichter kann man wirklich kein Geld verdienen. Stöhnen Sie nicht mehr über zu wenig Geld in der Kasse. Nehmen Sie einfach die hier angebotenen Verdienstmöglichkeiten und schaffen Sie sich in kürzester Zeit weitere Geldeinnahmen. Mit meinem Ratgeber Super Profit mit Hörbüchern können Sie sofort beginnen und durchstarten. Sie müssen keine perfekten Produkte produzieren, sondern nur ordentliche Arbeit abliefern. Und wie man das macht, das habe ich in meinem Ratgeber für Sie ganz einfach nachvollziehbar beschrieben. Die Rückmeldungen, die die Leser nach Einsätzen dieser Methoden, der Techniken und dem System aus Super Profit mit Hörbüchern melden, begeistern mich immer wieder aufs Neue. Denn selbst die äußerst finanziell schwachen, auf der Brust gewesenen Zeitgenossen fangen jetzt auf zu atmen und sind auf dem Wege zur wirtschaftlichen Sonne. Vor allem, wenn ich in Telefongesprächen überwiegend nachfolgenden Tenor von den Anwendern des Buches Super Profit für Hörbücher erfahre. Herr Rademacher, wo nehmen Sie nur immer die guten Ideen her? In dem Hörbuchratgeber haben Sie mal wieder gezeigt, dass Geld verdienen wirklich nicht schwer ist. Nach etwas über sechs Wochen habe ich mit der von Ihnen vorgeschlagenen Werbung und nach Ihrem System den ersten Auftrag, ein Hörbuch zu erstellen, erhalten. Das Gute daran ist, dass ich mit einem 15-Euro-Mikrofon meiner alten Computerkiste mit Soundkarte einfach losgestartet bin. Ich wusste gar nicht, dass mein altes PC-Möhrchen wirklich eine solch gute Tonqualität für Hörbücher hergeben würde. Und vor allen Dingen, die Tipps, wie man die Bezahlung schnell regelt, haben mir dabei geholfen, dass ich schnell neue Einnahmen hatte. Und nachdem ich ordentliche Arbeit abgeliefert hatte, habe ich vom gleichen Auftraggeber schon den nächsten Auftrag bekommen. Und jetzt habe ich sogar schon das Geld, um mir einen besseren Computer zulegen zu können. Nochmals, vielen Dank dafür. Ja, ja, da bin ich immer ganz begeistert. Vielleicht ist das auch der Grund gewesen, warum ich immer ohne Zukunftsangst und mit Geld in der Tasche gut gelebt habe. Eben, weil ich einfache Ideen umgehend einfach umgesetzt habe. Sie suchen Zusatzeinnahmen oder wollen Ihr Einkommen ohne großen zusätzlichen Aufwand auffrischen? Dann kann ich Ihnen nur empfehlen, dass Sie die Methoden und die Techniken aus meinem Spezialratgeber Super Profit mit Hörbüchern ohne großen Kostenaufwand umsetzen können. Was machen die meisten Menschen, die ihre Einnahmequellen verbessern wollen? Sie suchen Beschäftigung in der näheren Umgebung. Selbst wenn Sie schon für die Fahrzeit erhebliche Zeit aufbringen müssen. Mit diesem Spezialratgeber brauchen Sie noch nicht mal Ihre Pantoffeln oder Puschen auszuziehen, um damit Geld zu verdienen. Auch werden Sie nicht über Mindestlohns Gedanken machen müssen. Denn bei der Geldquelle, die ich Ihnen hier zeige, springt mehr Stundenlohn heraus, als bei einer Verkäuferin in Ihrem Supermarkt, die zudem noch pünktlich auf Ihrem Arbeitsplatz morgens um 6 Uhr erscheinen muss. Deshalb empfehle ich Ihnen, greifen Sie zu. Denn nur wer die Gelegenheit nutzt, genießt anschließend auch den finanziellen Erfolg. Weitere kostenlose Informationen oder Neuigkeiten zu Superprofit mit Hörbüchern finden Sie auf der Erfolgs-Online.de Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher Gehen Sie sich auf der Erfolgs-Online mit Hörbüchern finden Sie auf der Erfolgs-Online mit Hörbüchern.